Jesus macht über die Dämonen Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Die Leute kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich geleitet da und war wieder bei Verstand. Kaum hatten die Jünger sich von den Schrecken des Seesturms erholt, da bot sich ihnen am Ufer ein neues, grauenhaftes, angsteinjagendes Bild. Ein Besessener rannte auf sie zu, den niemand bezwingen konnte. Die Ketten, mit denen er gefesselt war, hatte er gesprengt und die Fesseln zerrissen. Bei Tag und Nacht schrie er in den Grabhöhlen und schlug sich mit Steinen. Doch wieder hören wir von Jesus ein vollmächtiges Machtwort. Verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Und die Legion Dämonen musste den Mann verlassen. Ja, das ist diese wunderbare, großartige Nachricht. Jesus hat die Vollmacht über alle Dämonen. Wenn wir bei ihm sind, brauchen wir vor ihnen keine Angst zu haben. Er befreit uns von bösgeistigen Fesseln, Ketten und Abhängigkeiten. Wenn wir voll Vertrauen zu ihm kommen, da denke ich an eine Person, die sehr schwer litt. Ich bot ihr das Sakrament der Krankensalbung an. Darauf meine ich sie, muss ich jetzt sterben? Da sagte ich, nein. Jesus wird sie aufrichten. Und außerdem ist es so schön, dass gerade im Sakrament Jesus selbst wirkt. Selbst der kranken, bedrängten, gequillten Person die Hand auflegt und aufrichtet. So machte ich es auch bei dieser leidenden Person. Nach dem Segensgebet erzählte sie mir, dass sie spürte, wie bei ihr innerlich Ketten zerrissen worden seien. Ja, Jesus richtete sie, spürte sie wieder auf. Und in kurzer Zeit war sie wieder gesund. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns von allen Bösen zu befreien. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der die Vollmacht hat über alle Dämonen. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, wo Jesus uns gerade in den Sakramenten der heiligen Beichte und der Krankensalbung von allen Fesseln des Bösen befreit. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unsere heiligen Schutzengel und Namenspatrone und alle Engel und Heiligen des Himmels. Binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, euer Hab und Gut getroffen hat. Und setze euch frei davon. Den Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, der schlechten Schriften, Filmen, Bildern, schlechter Musik übertragen worden ist. Herr, verzeih uns, wenn wir dem Bösen durch die Sünde Macht über unser Leben gegeben haben. Vergib uns, wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut und befreih uns von allen Bedrängnissen, allen Fehlereien. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, euch von all euren Bedrängnissen, Quälereien, Ängsten, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.